Hallo liebe Freunde, ja ein weiteres Jahr geht zu Ende. Ein Jahr voller, ja schöner Momente im Let's Play, wie ich finde. Ein Jahr, in dem mir viele Abonnenten treu geblieben sind und auch viele neue dazugekommen sind. Ja, das war auch mein erstes Jahr insgesamt als Let's Player. Ich habe ja gegen Ende 2011 angefangen. Daher bedanke ich mich an, ja, jedem, der irgendwie teil dran hatte. Ich möchte mich bedanken an Svensson Elfo, der immer fleißig die Designs für mich erstellt. Äh, ja, an meinen, äh, Abonnenten, die mir durchweg treu geblieben sind, auch in den Zeiten, wo ich Aufnahmepausen hatte. Vielen Dank dafür. Ja, und, äh, auch ein Dankeschön an meinen, äh, Kooperationspartner. Das wären die Rocksau, äh, Cheropin und Evin. Ähm, ja, und damit möchte ich eigentlich dann nur noch ankündigen, dass ich jetzt anlässlich zum, äh, Silvester und Neujahr, äh, mir gedacht habe, dass ich einfach mal so ein kleines Actionfeuerwerk veranstalte, ähm, und einfach so, so pausenlos wie möglich, schöne Formulierung, ähm, einen Actiontitel nach dem anderen hochlade. Also, das Ganze fängt jetzt an. Wir haben, ja, laut meiner Uhr gerade exakt 0.07 Uhr. Ähm, ja, wird ein bisschen später sein, wenn ihr das dann hört. Äh, ja, also, wir haben dann bis einschließlich, äh, ersten ungefähr, oder bis 23 Uhr ungefähr, werde ich dann, äh, wie gesagt, einen Titel nach dem anderen hochladen. Es werden dabei sein Darksiders, ähm, es wird dabei sein, ähm, Hitman Dishonored. Und, äh, ich werde auch zwei Teile von meinem neuen Let's Play zu Call of Duty Black Ops 2 hochladen. Ich wünsche euch viel Spaß damit, ich, und, äh, ich wünsche euch einen guten Start ins neue Jahr. Ja, ähm, feiert nicht zu doll. Und, ja, viel Spaß mit den Videos und auf ein weiteres wunderbares Let's Play Jahr. Wir sehen uns dann im kommenden Jahr. Bis dann. Tschüss. Tschüss.